Wieso ist man bemüht, den Beginn eines Kurzfilmes zu versüßen, in dem man sich auf groteske Art und Weise fortbewegt? Zurecht schreien und Zigarettenschachteln decken. Zurecht schreien und gegen Müllcontainer rennen. Nur um zu begreifen, dass das Heiligtum, nachdem es einen nürztet, sich ganz in der Nähe befindet. Zurecht schreien, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020